Schööööön. So, da sind wir weg. Um hier ein bisschen Obsidian zu sparen. Und jetzt ohne dass hier natürlich gleich der Baum in den Pflaumen aufgeht, muss ich dann das Portal noch anzünden. Habe ich ein Feuerzeug dabei? Ne, habe ich es nicht. Habe ich, ähm... Ne, habe ich auch nicht. Ja, da muss ich wohl rüber gehen. Ich hoffe, dass ich dann nicht runter kann. Boah, was ist denn? Boah, was ist denn? Oh, Wasser. So, habe ich denn da drüben ein Feuerzeug? Oder wenigstens ein Feuerstein? Ach da, ein Feuerstein. Ein Flint. Ich lasse es jetzt mal auf Englisch, damit wir ein bisschen Englisch lernen. So, jetzt haben wir hier ein Feuerzeug. Und dann... Oh, noch warten. Und dann zünden wir das mal an da drüben. Und wir gehen aber noch nicht durch. Wir gehen zuerst zurück zum Haus. Und... Nicht gut. Gar nicht gut. Sonst... Wir spawnen hier noch irgendwelche Viecher. So, aber ich denke, das wird eh breiter. Und dann kommt hier wieder so ein Zaun hin. Und dann ja... So, jetzt hätten wir hier ein Portal. Das erste Portal haben wir schon. Jetzt haben wir noch 17 Obsidian. Das heisst, wir gehen zum Haus und bauen uns dort das zweite Portal. Und... Ein Diamantschwert haben wir leider noch immer nicht. Leider. Aber... Wir gehen am besten zuerst einmal... Zuerst einmal ausräumen. Das müssen wir nach Hause nehmen. Denn nur zu Hause haben wir Ofen. Ich könnte ja schon Ofen machen. Aber das... Das kackt mich gerade ein bisschen an. Und das müssen wir eh noch nach Hause bringen. Da... Also nach Hause. Wir nach Hause merken natürlich unser Haus. Das Schwert... Das brauche ich hier unten. Was soll das da oben? So... Ja... Äh... Die Schere... Die Schere lasse ich mal hier. Damit... Wir haben da drüben glaube ich schon zwei. Und das... Bringt's nicht so. Wenn wir überall... Ja so viele... Dinge zu haben. Aber wir könnten auch die Säplinge mal mitnehmen. Und beim... Drüben... Ähm... Zu pflanzen auch sonst das dekorative Zeug. Die Reichen brauchen wir eigentlich heute drüben gar nicht. Das Eisen auch mal mitnehmen. Die Enderperlen sind wir irgendwie wohler. Wenn die drüben im... Im Bauernhaus sind. Okay. Das fährst dann glaube ich auch, ne? Ja... Da können wir noch irgendwas hier lassen. Ah... Vielleicht das spezielle Holz hier. Ja komm... Das lass ich mal hier. Denn eben... Kann ich auch gleich mal beim Bauernhaus drüben... Ähm... Ein bisschen Bäume machen. Und das... Das holst nämlich mal mit. Denn wir haben da drüben kein Holz. Und das... Das ist eben zur Dekoration. Das ist glaube ich das vom Dschungel. Und das sind die normalen. Wenn ich mich da nicht irre. Ja so von der Textur her. Glaube ich sie ist... Ist das schon so... Ne? Okay... Ok... Gut... Dann... Sag mal... Gute Nacht. Uäh... Uäh... Mämm... Mämm... Morgen... Guten Morgen Hundi, wie ist denn mitkomm? Hä? Ja möchtest du mit nach Hause? Hä? Mämm... Willst du nach Hause? Hm... Soll ich den mitnehmen? ne den lasse ich ja wenn er Glück hat habe ich ihn gerade nicht hingesetzt nur kann mitkommen ich glaube ich ich habe richtig gezählt und der sollte jetzt dort bleiben ich habe immer Schiss wenn die Leiter nicht sieht weg von dem windigen Baum aus wieder in unser schönes Bäuernhäuschen rüber ich hoffe wir finden den Weg auch gleich und ich hoffe wir haben auch einen schnelleren Weg eben da mit dieser Idee dass wir Vianneter dann rüberkommen es müsste irgendwie schräg rüber sein unser Bäuernhäuschen und da werde ich jetzt auch gleich rüber sprinten diesmal geht es ein bisschen schneller dass es weniger laggt Gott sei dank bin ich froh ich verstehe jetzt einfach nichts mehr ne dass wir dann immer so spielen können vielleicht greffe ich noch eine Katze aber ohne Fisch ist es ein bisschen schwer ja dann die Katze auch nach Hause zu nehmen und darum müssen wir wohl auf Katzen verzichten auch wenn wir eine oder zwei finden ich klatsche jetzt einfach mal rüber ne jetzt sind wir noch nicht auf Katzensuche sondern wir wollen endlich mal in den Neter wieder einmal ja und das ist ja schon lange her ich weiß nicht Folge 20 oder so oder Folge 30 und jetzt bin ich bereit gleich bei Folge 100 glaube ich ist eigentlich schon krass jetzt habe ich auch schon jetzt habe ich auch schon fast 100 Folgen gemacht nicht schlecht so und ja ich weiß gerade nicht wo war eigentlich die alte Höhle die andere Höhle war die da drüben irgendwo bei dem bei den Gebäumen da drüben bei dem Wald ich weiß es nicht mehr ich latsche jetzt diesmal latsche ich hier am Wald entlang super deutsch um hier ja um mich nicht zu verirren Hä ach ja das ist jetzt eben da der Farbwechsel da von den einzelnen Biomen ich dachte gerade es wird dunkel jetzt wird es wieder hell ich weiß nicht ist der Regenwald zu hell und aber die Wiese ist wieder so dunkelgrün es ist wieder so dunkelblau witzig naja ach ja hier verändert sich hier wird alles heller ach naja der Film verfolgt immer diese Hühner da drüben wir das Zuckerrohr komm das nehm ich noch gleich mit brauchen wir ja so so lalalala ja wenn es jetzt legt ist das klar weil die Welt gerade so lädt da hinten weil die Welt lädt lagts auch ein bisschen komm schon so eigentlich müssen wir bald mal da sein habe ich das Gefühl wenn mich da nicht alles täuscht und das in einer unglaublich schnellen Zeit aber ich glaube ich täusche mich und es geht noch ne Weile bis wir endlich da am Haus drüben sind und ja ich laufe jetzt ich springe nicht weil wir grad nicht so viel Essen haben dann müssen wir wohl oder rüben mal wieder ein paar Schweine opfern die süßen Schweine 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 oh noch ein Ei ja was machen wir mit den Eiern die ich mal einen Kuchen backen wäre mal nicht schlecht ich hab noch nie ich hab noch nie einen Kuchen gebacken noch gar nie oh unser Golem das heisst wir sind schon fast zu Hause jetzt wird es jetzt so dunkel es wird so neblig jetzt wird er hellgrün jetzt wird er blau jetzt wird er hellgrün aber ich weiss schon auswendig also gelb kann ich auch gelb sagen ja und das gelbe Scharf das noch immer da draussen rumstulziert du du Frechdachs oh haben wir die Bäume gepflanzt hm hm ok ja und das Zuckro ist leider nicht gewachsen da wir noch nicht zu Hause waren aber ja wir sind zu Hause Leute die zu Hause jetzt holen wir gleich mal so schnell war das gerade ein Zombie unter unserem Haus ok so und hier mach ich noch Seerosen drauf damit hier nichts die ganze Zeit nicht nicht die ganze Zeit Zeugs ins Wasser fliegt damit ich hier auch alles immer erwische ok blablablablabla hoch so hä hä wann hab ich denn das mit gerissen äh so hopp ach schön die Musik die gerade läuft keine Ahnung was das gerade ist und ich seh jetzt auch nicht gleich nach so und ja echt das wird die erste Let's Play äh das sag ich jetzt ein bisschen spät ne ein bisschen spät ein bisschen sehr spät sag ich jetzt das aber das ist die erste Let's Play Aufnahme mit meinem neuen Bildschirm das heisst diese Folgen werden äh werden im im YouTube Format endlich rauskommen das heisst die werden das wahrscheinlich auf YouTube auf dem ganzen Bild sehen ohne schwarze Ränder oder vielleicht ein ganz dünn weil ich hier nicht auf Vollbildmodus spiele ich bin mir grad nicht sicher aber bestimmt äh besser als vorhin so zack jetzt gibt's mal schön ein bisschen mehr als vorhin miau miau ich kann nicht mehr mit meinem miauen seit ich äh seit ich da den Stimmbruch hatte halt Bücher noch äh äh ja was ist denn los mit 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 ja was ist denn ich spreche mit einer Katze auf dem Spiel ich bin irre ja waas hast du hunger dann bleibt es kein Fisch dabei vielleicht hab ich oben noch ein Fisch soll ich schauen hä? ja ich geh mal nachschauen ob ich denn hier oben einen Fisch habe einfach nur so ich weis bringt nichts ne tut mir leid hab ich keine Fische Ã also was wollte ich da genau das sind die Normalen oder Ja, das sind die normalen. Das sind die Dschungel-Leaves. Da haben wir verschiedene Säpplinge. Das ist, glaube ich, Birken. Das ist normal. Das heißt Dschungel. Und die Dschungel, die setze ich gleich mal auf. Die Birken auch. Ja, ich könnte ja noch so... Mist, ich hätte die normalen Säpplinge mitnehmen sollen. Ich habe da so eine Idee, wie wir zu allen Farben von Holz kommen. Da fehlt eigentlich nur noch die Bäume. Die anderen da. Die, ja, den Schneewäldern. Die fehlen da noch und sonst haben wir eigentlich alle, ne. Ach, ich habe Bücher, egal. Warte, ich habe keinen Platz, ne. Da die Kohle kann ich mal ein bisschen reintun. Da noch ein bisschen reintun, so. Und die Eier haben wir, die Eier, die haben wir hier unten. Äh, Eisen habe ich... Habe ich, aber... Lass ich mal. Die Eier tue ich mal unten rein. So, da die Eier mal rein. Und noch irgendwas. Das ist jetzt ein bisschen scheiße hier mit dem Zucker. Ähm... Ach ja, die Eier, die...